Was heute am 31. März abgegangen ist, ich glaube, die Fakten sprechen so etwas von für uns. Deswegen für all diejenigen, die es geschafft haben, sich diese kurze Darstellung mal anzuschauen. Erfolg ersetzt alle Argumente, liebe Freunde. Ich bin ein Freund dessen, ich habe mal ein Buch geschrieben vor vielen, vielen Jahren. Guckt euch mal die Headline an, Erfolg ersetzt alle Argumente. Das ist eine Message von all die Schwätzer da draußen, die immer erzählen, dass das beste Business ist. Du musst dir in Wurfe 5.000 Dollar und ein F-Back kaufen, ein bisschen klicken, du wirst Multimillionär fürs Nichts tun. Vergesst den ganzen Spaß, wo richtig Geld verdient wird, liebe Freunde, ist hier im Bitclub. Und sauber, seriös und langfristig. Und glaubt mir, Elin, ich kenne mich echt aus nach 30 Jahren mit dem Marketing, was da draußen für Müll alles unterwegs ist. Das hier ist Substanz und ich möchte es euch belegen. Und das ist der Grund, warum ich euch hier eingeladen habe. Ich mache jetzt mal kurz eine Wildschlumpenübertragung. Weil was hier gerade wieder passiert, ist so dramatisch positiv, dass man das alles gar nicht glauben kann. Also, ich mache jetzt mal etwas, was nämlich die meisten draus nicht tun. Ich zeige euch mal mein Konto. Ja, also das ist mal das Wichtigste. Lasst euch, wenn ihr euch von irgendwelchen Leuten für ein Geschäft begeistern lassen wollt, dann lasst euch einfach mal die Fakten zeigen, bitte. Und nicht nur von denjenigen, von der eigenen Führungskraft. Natürlich zeige ich euch meine Zahlen. Aber ich beweise euch, dass mein Team heute, nur heute, an die 350.000 Dollar stormfrei verdient hat, liebe Freunde. Und das beweise ich jetzt mal. Also, die Abrechnung ist gewesen vor einer Stunde und gerade 40 Minuten. Ja, die läuft immer runter, auch von 24 Stunden rückwärts. Und hier war die letzte Abrechnung. Und ich zeige euch jetzt mal so ein paar Daten. Das ist wirklich phänomenal. Das geht jetzt einfach mal hier auf Binary Commissions. So, und dann seht ihr, was jetzt ausgeschüttet worden ist am 31. Ja, hier 31. Und alles, was ich euch jetzt zeige, ist alles ausgeschüttet worden am 31. Ja, es geht um einen Cycle-Bonus. Dieser Cycle-Bonus bedeutet 200 Dollar verdiente Provision. Ja, wir sind ein binäres System. Umsatzlinkebein, Umsatzrechtebein gibt es einen Cycle. Und dieser Cycle ist wert 200 Dollar. Jetzt hat dieser Milliliter Peter Heinz, hat bekommen zwei Cycle, heißt 400 Dollar. Ich habe einen lächerlichen Matching-Bonus von 10 Dollar pro Cycle-Bonus. Sprich, ich habe 5% von seinem Einkommen. Also Milliliter Peter hat jetzt gerade 400 bekommen. Ich habe 5% von 20 Dollar pro Cycle. Klingt wenig, ist aber ein bisschen spannend. So, dieses Konto, ich kenne euch nicht, das ist alles nur Usernames, das ist alles komplett anonym. Ja, 200 bekommen, ich habe 10 Dollar pro Cycle-Bonus, dieser hat 200 bekommen, 200, die sagt 400 bekommen. Okay, dann haben wir hier 400 und 200 und 200 und 200 und 200 und 200 und 400 und dann seht ihr so verschiedene Namen, die man öfter findet. Ja, das sind dann hier One Day to My, der hat hier 200 gemacht mit einem Konto und mit diesem Konto 400. Ja, oder hier ist auch ein und derselbe Name, hat 200 Dollar, hier 200 Dollar, hier 200 Dollar, hier. Dann gibt es hier unten Reuzzi oder wie er eben heißt, 200, 200, 400, das ist immerhin 800. Ja, Zugfroger, ich glaube, den sehen wir nachher noch einigen Male, hat hier auch 200, 200, 200, 200, 200. Das ist alles 31. Jetzt seht ihr, es geht weiter mit 31. 200, 200, 400, 200, 200, 200, 200, 600. Drei-Seite, ich kriege 30 oben drüber, folgen Park drüber. Dieser Partner hat 600 in diesem einen Konto. So, 200, 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 ganz, ganz viel. Und jetzt geht es hier weiter mit Beagle 1 und Beagle 2, 600 Dollar in den einen Account, 200 im anderen, 800. Man geht zusammen. 200, 200, 200, 200, 200, 200, ich gehe jetzt nur auf die Größe von 1, 400 in diesem Konto und 600 in diesem Konto. So, selbe Name, selbe Name, 400, 600, zusammen schon 1200, da diese drei Folgen nicht gerade verliegen sind. 400, 400, 400, 400 ist auch derselbe Name, Amethyst, Amethyst hat 800 in seinem Konto. 400, 400 und so weiter. So, es geht weiter, vierte Seite, immer noch der 31. Dritte. 400 dieses Konto, 800 hat CB-Coin bekommen, 200, 200, 400 hat Order-Coin. 600 wieder Beagle 2 und den hatten wir eben auch schon mal. Der Tollchen hat eben auch schon mal so 5.000er gehabt. So, dann 400, 200, 200, 200, 200, 200, 600 hat Tourman bekommen. Dann haben wir 800, dann haben wir immer noch wieder die Kleinen dazwischen. Guck mal, ich meine, das sieht klein aus. Wie immer Spike, Spike, 200, 400 am Tag, rief auf den Tag, meine Freunde. 600 Dollar, 800 Dollar, Storno frei verdientes Geld. 600 Dollar, 400 Dollar, wieder desweiligen, dann haben wir gerade eben auch schon mal. So, 200, 200, 200, 200, 1,000, hier, 600. Dann haben wir hier, Amethyst hat 800, Starlight, 600, 400, 400, 400, 200, 400, 600. Starlight hat hier, hat hier 1.000, 5 Seiten, in einem bekommen, sind so 1.600 hier zusammen. 400, 800 hat die Fit Club. Dann 400, 600 hat Schamane. Klack, ich kenne sie alle nicht, aber es ist fantastisch. Sindet, 1.000 Dollar, in nur einem einzigen Account, 400, 200, 200, 200, 600 hat der Wiesel bekommen. 600 hat Juma bekommen, 400. 1.000, Crypto Business, you trust, 400, 400, 400, 400. Cashflow, hier, 1.000 Dollar, in einem einzigen Konto. 800, 800, der Skipper. So, siebte Seite Abrechnung, ich brauche euch das an, immer noch 1.000, 3.000, 400, 400, 400, 600, 400, 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 400. Oskar, 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 4, 8, 2, 1,600, 600 in diesem Account, no Sports, da kann auch ohne Sport, kann man auch 1.000, no Limits, gehört ihm, glaube ich, auch, sind 400, 400, 400, 400, 1.000 Dollar, liebe Leute, ich weiß nicht, wer das ist, 1.000 Dollar, Tagesprovision. Ja, da träumen andere Networker von, wenn sie die im Monat verdienen. 800 Dollar, 600 Dollar, 800 Dollar, Randa hier, 600 hier, 800 hier und so weiter. Es geht weiter, 8. Seite, ich gucke euch das an, 31. Ja, ihr könnt es alles nachvollziehen. 800 Dollar, Earth Angel, 400 Dollar, Earth Angel, 1200 Dollar, Earth Angel, ich weiß auch, wer ist, ist ein bisschen größer an dich, eine junge Dame, keine 30 Jahre alt, Sensationelle Ergebnisse, das sieht man eben an. Ja, das sind mal eben 1.200, das sind 2.400 Dollar, plus Menschenlohn, plus Earth Angel, das sind so grob 3.000 Dollar an einem Tag verdientes Geld. Was haben wir denn da? So, ähm, dann haben wir, wie geht es weiter, 600 Dollar, mehrfach, 400 Dollar, 400 Dollar, 400 Dollar, 800 Dollar, auch Zugvogel, 800 Dollar, 400, 400, 600, Blood Handling, die in Größe hat, hier nochmal, 1.200 Dollar und hier 600 Dollar. Guckt euch das an, 800 Dollar hier unten, es hört nicht auf, meine Freunde, guckt euch das an, Nimmerseit hier. 600 geht an Minic, 600 geht an Star Vision, 400, 400, 400, 400, da gehen wir drüber weg, über die ganzen 200, aber wir sehen, viele Leute haben auch mehrere Konten, hier allerdings schon, hier hat hier 200, da hat 400, dann nochmal 400, 600 hier unten und es geht weiter, die Freunde, der 31, guckt euch einfach an, wo ich die Zahlen habe, 400 hier, 1200, macht der Bagger, der hat richtig großgebaggert, Phantom, 1.600 Dollar, der Inhaber dieses Kontos ist, 23 Jahre alt, hat heute über 3.000 Dollar funktioniert. So, das ist ein anderes Konto von mir hier, 400 Dollar zum Beispiel, macht hier, Makan Power, 200 hier, 800 hier, One Day to My, den hat man auch schon mal, 600 hier, 800 hier, 1.000 hier, die 1.800 plus 600 zu 4, plus, 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 Help Yourself, der hilft sich wirklich selber in sich aufgeben, nach, in der Abbrechnung, ja, hier, 800 in All Star, ist immer noch nicht zu Ende, immer noch 31.3., 800, Pegasus, Konto von mir, freue mich, 26, ihr auch, Konto von mir, 1.200, und, 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 100, und hier, 600, Starthilfe, Starthilfe, und, 200, 200, help yourself, guck mal hier, da ist er wieder, eben auch schon mal richtig abgeräumt, jetzt hier nochmal, insgesamt, 1.000 Dollar. Und hier nochmal 1.200 Dollar, mein Mann. So Goldkönig. Hier der Pilot. 800. Online-Business. 800. 600. 600. Hier 800. Dreamcash. Das ist immer noch nicht zu Ende. Immer noch der 31. Ein Tag Provisionsabricht. Ich füge das an. PowerBusiness. 600. Dreamcash an euch. 600. Dreamcash. 1.000. Und so weiter. 600. 400. 400 macht nochmal Dreamcash. 400. Aber um 1.000 macht 1.400. Hier unten sehen wir sie nochmal mit 1.200. Ja, ich dachte. Da sind auch mal eben wieder mit Alkohol und Radio 4.000 Dollar. Ketonen machen 1.200. Hier alle Dreamcash nach Österreich. Ich mach 800. Der Pate, dem gehört auch das Konto. Hier 800 hier. 800 hier. 1.600. Hier eine Person. Ich freue mich für dich. Oshon hier. Nach Spanien. 600. Schalien. 1.600. In einem Konto. Nächste Konto. 1.600. In einem Konto. Hier sind wieder von mir die 800. Guckt euch das an. Jetzt ist erst der Tagsland. Hier nochmal 200. Ich nochmal 1.000. Liebe Grüße nach Österreich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Noch mal 1.000. Die sind in einem meiner Konten. Noch mal 800. In einem meiner Konten. Noch mal 1.600. In einem meiner Konten. Ich muss zu 2.000. Leute, das sind Fakten. Ganz kurz. Alleine das oberste Konto habe ich mir jetzt in 14 Monaten 1.042 Bitcoins. Das sind knapp 1,2 Millionen selber ausgeschüttet. Ich habe aber noch Web-Invoices, also Rechnungen bezahlt für über 200 Bitcoins. Damit habe ich mir weitere Konten aufgebaut. Das hier ist der Grund, warum die Leute gerade kaufen wie bescheuert. Das sind unsere GPUs. Ethereum Wallet. Das sind spezielle Rechner, mit denen wir z.B. C-Cash meinen, Ethereum, Monero, Dash und Ethereum Classic. Ich kann euch beweisen, diese Konten. Ja, da habe ich 12.000 investiert, habe etwa 2.000 an Produktion zurück gehabt, habe 10.000 Netto-Investment. Und ich fahre hier aktuell auf rund 12% Monatsrendite. Monatsrendite. 0,85 Ether steht bei 50 Dollar. 0,85 sind 42 Dollar, so in der Richtung 42 Dollar. Pro Tag an Ausstattung. Pro Tag mal 30 Tage sind wir über 1200 Dollar bei einem Netto-Invest von 10.000. Das heißt, innerhalb von 8 bis 10 Monaten hast du deinen Terminal-Invest. Diese Grafikkarten halten bis zu 20 Jahre. Es ist eine Lizenz zur Weltgruppe, liebe Freunde. So, das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt, guck mal hier, sind jetzt noch 22 Stunden zu laufen. Und jetzt klicke ich ganz kurz mal eben in meinen Binary Tree, damit ihr seht, ich habe mehr als ein Konto und ich habe hier mein oberstes Konto. Das ist jetzt schon wieder übersightet. Der hat jetzt schon wieder 2.000 verdient, obwohl hier oben noch wie viele Stunden zu laufen hat. Ja, der ist schon wieder fast übersightet. Der hat auch schon fast über 1600 drin. Der ist auch schon wieder übersightet. Im Grunde heißt, Maximalauszahlung 1.000 Dollar. Hier stehen schon wieder 200 drin. Im Grunde stehen schon wieder fast 1.000 drin. Hier steht schon wieder 800 drin. Und so geht das weiter. Ihr Lieben, wenn ihr euch für den Mit-Club interessiert, ich mache jetzt mal einen Mit-Club. Stop-Sharing. Wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Freunde, dann tut euch einen Gefallen und wartet bitte nicht. Start Anfang 2016. 2-3 Monate inkognito, dann Vollgas gegeben. Also 12 Monate Volldampf on-road. Und höchste Tagesprovision, nebenbei das, was ich gerade gelegt habe, nämlich 611 Cycle. Wenn ihr das, was ich gerade gezeigt habe, mit der Aufzeichen nochmal langsam anschaut, könnt ihr das nachrichten. Ich habe den Wolf gezählt gerade eben. 611 Cycle a 200 Dollar sind gesamt 122.000 an Provisionen, die ausgeschüttet worden sind. Nur ein Cycle-Cycle. Pro Cycle gibt es 80 Dollar Matching-Bonus. Das sind nochmal 611 mal 80 Dollar sind nochmal 48.000 Euro drauf. Plus Level-Up-Bonus. Grob, da kommt noch Generations-Bonus zu und so weiter. Wir sind ein bisschen höher. Ich denke mal, wir haben mindestens die 350.000 geknackt. Aber nach den Zahlen, die ich nachvollziehen kann, Level-Up-Bonus sind wir bei einer Gesamtausschübung von 342.000 Dollar am Tag. Wir können nicht hochrechnen, was das bedeutet, wenn wir das mal regelmäßig machen. Das ist hier so meine Struktur gewesen. Da habe ich Ihnen die ganzen einzelnen Kontenmachstunden gezeigt, was da nur an Cycle-Bonus rausgekommen ist, das kommt, den wir selber gehören. Und das mal zusammengezählt waren höchste Tagesprovision am gestrigen Tag. 9.600 Dollar Cycle-Bonus in meinen Konten. Matching-Bonus von 8.020 Dollar in meinen Konten. Level-Up-Bonus von 9.600 Dollar. Das ist eine Tagesprovision von unfassbaren 27.330 Dollar. Und ich darf euch sagen, ich habe schon viele im Network-Marketing gemacht, die man auch schon nehmen, wie der Bundeswehr verlegt. Das ist mir noch niemals in 30 Jahren passiert. Und es ist auch die Chance relativ gering. Warum? Weil der Bild-Club einfach eine gigantische Performance gibt. Wir sind erst zweieinhalb Jahre alt und wir werden noch gar nicht gesehen. Wir sind jetzt schon einer der Top-Ten-Bitcoin-Managerungen. Wir haben über 41.000 Bitcoins geschürzt. Das sind 51 Millionen, die Storno-frei an uns Bitclub-Mitglieder ausgeschürzt wurden. Wir haben über 100 Millionen an Provisionen in Bitcoin ausgezahlt. Nochmal 90.000 Bitcoins. Was ich hier nicht drinstehen habe, ist über 11 Millionen, das kommt noch obendrauf, zu der Gesamtzahl, was wir ausgeschüttet haben, an Ethereum und Seacash mit dabei. Allein im Februar, ich denke, wir werden jetzt im März mal wieder ein neues Highlight-Zahlchen nennen können, 8,5 Millionen US-Dollar-Punksonen, Storno-frei ausgezahlt. Nur im Februar, wir sind die ersten zweieinhalb Jahre alt. Okay, die Netco schreibt 200 Millionen Dollar in den ersten zweieinhalb Jahren. Es wurden zusätzlich für uns 46 Millionen Dollar Club-Coin an die Mitglieder ausgegeben. Und die Top-Orner weltweit mehr als 15 Partner liegen bei über 100.000 Dollar im Monat. Also ich glaube, dass die Fakten, die ich hier beweise, die geben auch der skeptischen Führungskraft. Wir haben jetzt sicherlich das Gefühl, dass das stimmt, was ich hier schon seit langem Robert gebe. Wir sind nicht angetreten, um hier so ein bisschen mitzumischen. Wir sind angetreten, um diese Szene komplett auf links zu drehen, weil es wird eine Nichtgaranzung mitgegeben, das stimmt. Weil wir sind nicht nur hohe attraktive Networker, wir sind für Investoren, die Leute kommen mit rund 200, 300, 500,000 Euro pro Letzt anlegen, weil sie Renditen sehen, die nirgendwo möglich sind. Ich habe solche Zeit überlegen, dass meine GPUs aktuell fahren auf 10 bis 12 Prozent Monatsrendite. Wir werden diese Zahlen überlegen und wir werden damit die komplette Szene auf links drehen. Ich wünsche euch einen sensationellen Abend. Und teilt diese Informationen an jeden, der die schnell auf den Baum kommt, weil das ist die größte Lizenz zum Gelddrucken, die es je gegeben hat. Bitcoin-Mining, Cryptocurrency-Mining, das ist die Zukunft, liebe Freunde. Irgendwann keine Monatsqualifikation, einmaliges Investment, lebenslang aktiv sein, das gibt es nur in Bitloch. Sonnigen Grüß aus Dubai, liebe Freunde. Bleib stark, tschüss.